Hallo ihr Lieben! Ja, was mache ich auf Spirit? Ja, sind wir unser anderes Pferd? Jetzt leid irgendwie. Nein, so sieht es nicht aus. Was mache ich auf Spirit? Gute Frage. Ich war verwirrt, als ich eingeloggt hatte. Und zwar irgendwie ist eine Quest aufgegangen, die bei Tori. Und vorab ist irgendwie ein Fenster aufgegangen, was mir sozusagen mitgeteilt hat, ich konnte Spirit kaufen, aber ich habe ihn doch schon. So, und um den ganzen Fall jetzt aufzuklären, bin ich jetzt vorab mal kurz nach Fort Pinta außerplanmäßig. Tut mir leid, Leute, wir haben ja Mittwoch und ihr werdet diese Folge wahrscheinlich auch heute hoffentlich noch bekommen. Ich beeile mich, denn die letzte Folge war ziemlich kurz und das war ja unsere Aufgabenreihe, wo wir auch weitermachen müssen, wo es ja um die Streifenhörnchen ging, die da die Löcher gebuddelt hatten. Das werden wir gleich verfolgen. Das heißt, wir wollten eigentlich zu Steve und zu Marley, der mit seiner Koppelstrecke ja jetzt da immer noch steht, die eröffnet werden soll. Getestet haben wir sie ja schon. Dazu werde ich natürlich auch gleich auf jeden Fall mein Pferd wechseln und Spotty wieder mitnehmen. Also ich bin ihm nicht leid, er hat nur im Moment Pause. Ich habe einfach nur Spirit mitgenommen, um den Fall jetzt hier zu klären und der ist mega schlecht gelaunt. Ihr seht es an dem roten Smiley. Ich habe ihn nämlich von seinem Urlaub auf meiner Wiese quasi, da habe ich ihn unterbrochen. Von der Wiese einfach wieder runtergenommen. Ist natürlich nicht nett und deswegen werden wir das Ganze jetzt auch kurz machen. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier geben soll, weil wie gesagt, das klang für mich eigentlich eher nach Kauf für Spirit und demnächst gibt es noch mehr Aufgaben, aber ich habe ihn schon. Ja und dann habe ich mich informiert bei jemand anderes aus meinem Club, die Spirit übrigens auch hat und bei ihr war das nicht. Deswegen, ich weiß nicht, was das gibt. Wir werden uns jetzt hier überraschen lassen und ich spreche Tori einfach mal an. Spirit! Das kann nicht wahr sein. Du machst Witze. Du reitest Spirit. Ja, immerhin hat sie es gemerkt. Das ist ja gut, dass wir ihn mitgenommen haben. Das wusste ich jetzt wirklich nicht hier. Zufall. Wow, du bist so cool. Tut mir leid. Ich bin völlig fertig. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ich glaube, ich muss weinen. Ich lerne Spirit kennen. Ja, jetzt kriege ich dich wieder ein. Ich hätte nie geglaubt, dass ich ihn treffen würde. Ja und Spirit ist übrigens der Spirit aus der Serie und wir sehen, wir bekommen was geschenkt. So, vielleicht war es das ja auch schon. Mal gucken. So, vielen Dank Celine. Danke, dass Sally und ich Spirit kennenlernen dürfen. Du hast keine Ahnung, wie viel uns das bedeutet. Ja, das ist doch schön. Nimm das. Es ist das Mindeste, was wir als Dankeschön dafür tun können, ihn wirklich kennengelernt zu haben. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ja, ich freue mich und wir haben ein T-Shirt bekommen. So sieht das aus. Es ist irgendwie einfach nur lila. Moment, es ist lila. Wie sieht das denn von vorne aus? Ja, und es hat, ja, es hat Spirit drauf, ne? Und es hat Werte. Ist doch gar nicht mehr so schlecht. Cool. Lila ist ja eigentlich auch eine Farbe, die ich Celine gerne mal so anziehe. Von daher, das passt schon. Ja, dann wollen wir den guten noch jetzt, wenn es das gewesen ist. Ihr seht, das hat sich schon gelohnt, hier hinzureiten. Das war ja jetzt kurz und bündig. Sehr kurz und bündig. Da bringen wir ihn doch einfach direkt mal wieder nach Hause. Ich werde zurückporten, ihr Lieben, und wir sehen uns gleich mit unserem Spotty, den ich auch mittlerweile gelevelt habe. Er ist nicht mehr ganz so lahm. Mit dem sehen wir uns jetzt gleich bei Mali als erstes wegen der Koppelstrecke. Und dann gehen wir bei Steve vorbei und gucken mal, was das gibt, bevor wir uns dann den Update-Neuerungen vielleicht noch zutun werden. Denn ich denke, das wird wieder kurz werden, sodass ich auch einen kurzen Blick ins Weihnachtsdorf werfen kann. Denn auch da ist eine neue Quest aufgetaucht. Ich bin gespannt, um was es da geht. Und es gibt ein neues Pferd. Das gucken wir uns natürlich auch noch an. Bis dann. Ja, ihr seht, ich bin schon kurz vor Steves Farm. Übrigens, ab heute gilt auch dieser Weihnachtskalender von SSO. Man konnte ein Türchen öffnen. Das sieht man, wenn man in seinen Account einloggt. Da sieht man dann direkt, man bekommt aber auch direkt, wenn man einloggt, führt da eigentlich einen Link zu. Man muss halt ein bisschen lesen. Es lohnt sich ja mal, auf die Neuigkeiten zu achten. Ganz interessant. Und zwar, ich werde nicht verraten, was es gewesen ist. Es lohnt sich selber, einfach mal reinzuschauen. Vielleicht spielt er ja das Spiel auch inzwischen. Kann ja sein. Und falls nicht, ja, fang doch einfach an. Ich meine, wie gesagt, es lohnt sich, einfach mal reinzuschnuppern. Und es ist echt ein schönes Spiel. Also der Kalender, der geht noch bis zum 31. ist seltsam. Ich weiß, er hat halt am 12. angefangen und geht bis zum 31., also bis nach Weihnachten. Das heißt, ihr habt noch nichts verpasst. Und falls man es nicht schafft, jeden Tag einzuloggen, dann sind, glaube ich, die ganzen, also die meisten Sachen, so stand es auf der Seite, sind bis zum 7. noch abrufbar. Bis zum 7. Januar, Mitternacht stand da. Und, ja, aber das könnt ihr selber auch nochmal nachlesen. Na, wenn ihr auf die Seite geht, da steht es nochmal ganz explizit, was da gemacht wurde und auch was in den Updates ist. Jetzt rede ich erstmal mit Mali. Der hatte uns ja hier gestern nach Hause geschickt, sozusagen. Hm. Beziehungsweise für euch jetzt gerade, weil ihr ja die andere Folge schon habt. Hi Celine, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe vergessen, Waren für das Geschäft zu bestellen. Es werden viele Kunden kommen, wenn ich die neue Koppel eröffne. Und dann werden die restlichen Waren im Nu verkauft sein. Ich werde sie sofort bestellen. Sprich, wieder mit mir, wenn ich fertig bin. Ja. Ja, das ist schön. Dann machen wir das doch. Der ist ja flott wahrscheinlich. Von der flotten Truppe, der schnelle Mali hier. War das nicht schnell? Jaha, ich bin total begeistert. Ich bin vollkommen überrascht. Ich habe Kleidung aus Valedale und Pferdeausrüstung aus Furgrove bestellt. Die Sachen sind bestellt, aber noch nicht angekommen. Und ich will nicht warten, bis der Postbote endlich kommt. Und da kommst du dann ins Spiel. Ja, das ist doch super. Und das Tolle ist ja, dass wir direkt nach Valedale porten können. Immer noch. Weil wir da wohnen. Ja, und ich weiß, dass die hier irgendwelche Zäune in Silverglade überarbeitet haben. Da müsstet ihr immer drauf achten, wenn wir hier vorbeisausen. Also, die machen ja ständig was am Spiel. Die Leute von Star Stable, die geben sich hier richtig Mühe. So. Ja, dann haben wir jetzt die beiden Aufgaben hier. Reite nach Valedale und hole eine Box mit Kleidung ab, die ich bestellt habe. Aber sie sollte vor dem Bekleidungsgeschäft in Valedale sein. Danke, dass du mir hilfst, Celine. Du bist eine wahre Freundin. Schön. Nutze die Gelegenheit, um in Valedale einzukaufen und am Wettbewerb am Valedale-See teilzunehmen. Ach. Na, ist ja ein Ding. Ja, sehr schön. Toll. Also, ich meine, den Wettbewerb am See, den kenne ich. Da trainiere ich eigentlich täglich. Ihr seht, Spotlight Glory ist hier auch schon fast Level 8, unser guter Spotty. Der wird auch noch heute bestimmt 8 oder 9. Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall gleich noch mit ihm trainieren. So, jetzt kommt noch was für die Pferde. Das brauchen wir auch noch. Wenn es um Pferdeausrüstung geht, dann ist Furgroove der Ort. Ihre Anfertigungen sind etwas ganz Besonderes. Reite nach Furgroove und hole das Paket ab, das ich bestellt habe. Okay. Super, Celine. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ja. Du kannst die Gelegenheit nutzen, um in Furgroove zu shoppen und an Rennen teilzunehmen, wenn du willst. Ja, das wissen wir auch schon alles. Denn auch da oben haben wir die Strecken freigeschaltet. Wir haben hier mittlerweile wirklich viele Trainingsstrecken. Gut. Bevor wir das machen, gucken wir noch mal eben einmal bei Steve vorbei. Weil das kann ja sein, dass der auch noch irgendwas für uns hat. Und dann ist das ein Abwasch hier. So mache ich es ja oft. Gucken wir mal, was er hat. Er muss ja drüber nachdenken, ob wir uns jetzt wirklich mit dem Hörnchen da hinten anfreunden. Aber wir werden sehen. Gut. Im Übrigen, ich mache das in anderen Spielen auch so, dass man mehrere Aufgaben annimmt und die dann alle gemeinsam quasi abfrühstückt, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Wenn man das hier macht, müsst ihr bedenken, wenn es hier zu Spielabstürzen kommt, dann fangt ihr leider da von vorne an. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, weil wir ja heute Update-Tag haben. Da kommt das schon mal vor. Aber ich riskiere es einfach. Ich hoffe, ich bin schnell genug und kann die Quests irgendwie auch noch abschließen. Und leveln wollte ich ja später. Deswegen, wir schauen einfach mal. Eben mal mit Steve noch reden hier. Und dann gucken wir, da legen wir auch gleich los. Weißt du was? Die Kohlladung ist hier. Nimm diesen Kohl und fülle damit die Löcher, so wie die Tierärztin es beschrieben hat. Wir werden sehen, was dann passiert. Ja, seht ihr, manchmal lohnt es sich dann doch hier zu gucken. So, jetzt haben wir die Kohlladung, hat er gesagt. Die hat er uns wahrscheinlich schon gegeben. Ja, richtig. Die hat er uns gegeben, der gute Mann. Und jetzt sollen wir die hier irgendwie verteilen, da hinten auf dem Feld. Das machen wir doch mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das vom Pferd ausgeht, ihr Lieben. Wir können es ja mal versuchen. Aber ich könnte, es könnte auch sein, dass wir laufen müssen. Ne, die können wir tatsächlich von hier oben reinschmeißen. Umso schneller geht das. Das ist natürlich super. Dann können wir ja mal eben mit Spotty drüber. So. Ja, und wir haben heute übrigens, wen haben wir mit heute? Haben wir Stitch mit. Ich fand, der passte ganz gut hier, unser kleiner Stitch, ne? Passt ja auch eigentlich zu der Aufgabe ganz gut hier, ne? Hier ist ein Eichhörnchen. Den haben wir jetzt hinter uns herhopsen. So, und irgendwie scheint das wohl gewirkt zu haben. Wir gehen mal wieder runter. Wir müssen aufpassen, dass ich hier nicht abstürze. So, mal sehen, was jetzt kommt. Lass mal hier unsere, unseren Rucksack verschwinden. Der gute Steve. Eine Ladung Kohle auf ihrem Weg. Sie sind fröhlich aus ihren Löchern gesprungen. Toll. Ja, toll. Finde ich auch. So, nu? Ja. Ein neues Zuhause für die Streifenhörnchen. Was hältst du davon, sie hinter der Scheune wohnen zu lassen? Vielleicht in der Ecke, wo die alte Mauer ist und das Rennen startet. Dann müssten wir nicht immer so weit laufen, um sie zu füttern. Nimm diese Schilder und stelle sie hier auf, damit sich hier niemand beim Reiten verletzt. Wir wollen ja auch nicht, dass irgendein Tourist nochmal stecken bleibt. Ja, da hat er natürlich recht. Das ist eine super Idee, weil das wäre der Hammer. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier die Schilder aufstellen. Wir haben ja den Rucksack hier noch offen. So, fünf Schilder sollen wir aufstellen. Da hinten hin. Das ist doch schön. Ja, ist ja schön, dass die Streifenhörnchen hier jetzt bei Steve ein neues Zuhause gefunden haben. Dass die sich doch noch grün geworden sind und geeinigt haben. Das ist doch mal was. So. Ja. Dann schauen wir mal. Meine Güte. Irgendwas habe ich noch übersehen. Ach, da vorne. Da ist auch noch was. Ja, das ist, wenn man hier so kopflos umreitet. Ja, aber wir haben es geschafft zu erledigen. Ja, hat sich schon gelohnt, hier zuerst zu Steve zu gehen. Vielleicht ist er ja jetzt auch fertig. Mal gucken. Mit dem, was er uns aufgetragen hat. Gut gemacht, Celine. Hier haben wir ein neues Zuhause für unsere kleinen Freunde. Ja. Sollen wir jetzt noch feiern mit denen, oder wie? Eine Badewanne für die Streifenhörnchen. Da nehmen wir eine Badewanne. Aha. Was sagst du? Ich finde es, wir sollten ihnen eine Badewanne geben. Ha, die Tierarztin hat also gesagt, dass sie sich gerne baden, weil sie beim Buddeln so dreckig werden. Das hört sich gut an. Barney vom Silo hat ein paar alte Tröge. Ich bin mir sicher, dass er uns helfen kann. Ja, das glaube ich auch. Barney ist ja ein hilfsbereiter Kerl, ne? Barney ist meistens vorm Silo, das östlich von hier liegt. Oh, aber das weißt du ja, weil du ihn ja schon einmal getroffen hast. Jetzt habe ich hier völlig improvisiert, ihr Lieben. Tja. Ne, also man ist das ja gewohnt. Wie gesagt, ich bin solche Sachen gewohnt. Ich habe mich verlesen und dann improvisiert, aber egal. Macht nichts so. Das ist eben vom Dem vor. Jetzt gucken wir da hinten mal, wer ruft mich da so blöd von der Seite an. Ja, übrigens ist der Pferdemarkt auch, ne? Also, der ist auch ins Spiel gekommen. Der ist in... Im... Oh, Westkamp Fischerdorf ist er. Jetzt hätte ich es hier beinahe vergessen. Ja, ich komme da noch nicht hin. Ich kann da leider nicht mit euch hin. Deswegen muss ich noch passen. Vielleicht schalte ich das ja noch frei. Dazu muss man Golden Hills freischalten. Ich weiß nicht, ab wann das geht. Wir sind ja jetzt Level 12. Wir müssen gucken, ne? Wie wir hier so durchkommen. Ja. Lieber Barney, wie sieht es aus mit den Trögen? Einen alten Wassertrog als Badewanne für Streifenhörnchen. Steve scheint jeden Tag verrückter zu werden. Ich glaube, er verwendet mein Getreide für etwas anderes, als damit Vögel zu vierteln. Was soll das denn heißen, Barney? Ich unterstelle dem Mann nicht sowas. Der hat einfach nur ein Herz für Hörnchen. Natürlich kannst du einen alten Trug haben. Ich glaube, da ist einer hinterm Silo. Wenn du einen findest, der nicht kaputt ist, dann kannst du ihn mitnehmen. Ja, dann machen wir das doch auch mal. Das ist doch schön. Dann sind wir mit Barney hier auch schon fertig. Oh je, das ist doch ein bisschen länger, als wie ich gedacht hatte. Aber nichtsdestotrotz, ich werde das alles in allem abhandeln. Wir gucken uns trotzdem gleich das Weihnachts-, also ja das Winterdorf nochmal an und gucken mal, was es mit der Aufgabe da auf sich hat. Ich habe nämlich, als ich Spirit wieder abgeliefert habe zu Hause, nochmal einmal kurz geguckt und habe festgestellt, es geht wohl um ein Rennen. So, und das gucken wir uns natürlich an, weil das kann ja jetzt nicht so lange dauern. Also ein neues Rennen gucken wir uns auf jeden Fall an zusammen, wenn wir hier durch sind. Und ich schaue mal, oh, ja, das wäre jetzt hier erst dann. Sorry, 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 Leute. Ja, ich habe das dann nicht aufgepasst und habe die Kleine dabei genietet mit ihrem Pony. So, beziehungsweise das kleine Pony mit dem Mädel, wollte ich sagen. Das ist ein toller Trog, ja. Der gute Barney, der hat hier uns die Möglichkeit gegeben, ne. Ja, stell ihn einfach hier hin in das zukünftige Haus der Streifenhörnchen. Der Streifenhörnchen, der Streifenhörnchen, das ist auch mal eine Möglichkeit. Naja, dann machen wir das doch auch noch so. Nur mal die Streifenhörnchen so. So, und jetzt, ja, was müssen wir denn jetzt machen mit den Hörnchen? Vielleicht kommen die jetzt von selber, müssen wir vielleicht hier rüber locken. Oder kommen die jetzt von selber, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ihr Lieben. Wir werden es gleich erleben. So, Inneneinrichtung, so, fertig. Ja, schön, finde ich gut. Und jetzt, Einweihungsparty. Ich habe doch gesagt, es gibt noch eine Party. Lach mich, lach mich weg, ne. Ich habe nur gesagt, vielleicht noch eine Party für die Kleinen hier. Ja, gute Idee. Nimm den Rest des Pols und verteile ihn im neuen Zuhause der Streifenhörnchen. Dann werden wir sehen, ob es ihnen dort gefällt. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was die machen. Die gehen wahrscheinlich jetzt hier gleich steppen. Steppt der Bär mit den Streifenhörnchen? Ja, der Bär lieber nicht. Aber die Hörnchen steppen hier vor sich hin und machen Tänzchen oder wie. Ja, werden wir mal sehen. Nicht mal zuzutrauen, wer denn das hier von SSO? Die haben immer solche Ideen. Und, ja, die hüpfen jetzt mit Dampf aus den Löchern und supi. Herrlich, ja, das ist doch niedlich. Ja, auf jeden Fall haben sie ja erstmal schon mal neugierig rausgeguckt. Ich glaube, wenn die so gut umsorgt werden hier, dann hauen die auch so schnell nicht mehr ab. Oder wie seht ihr das? So, Einweihungsparty. Toll, wie schnell sie hergekommen sind. Ich glaube, sie mögen dich und den Kohl sehr. Ich hoffe, dass sie hier glücklich werden, sodass niemand mehr in ihre Löcher fallen muss. Danke für deine tolle Arbeit. Du kannst zurückkommen und mir dabei helfen, sie zu füttern, wenn du willst. Ja, das ist doch toll. Wahrscheinlich müssen wir das jetzt auch noch machen eben. Céline, fast hätte ich vergessen, dir zu sagen, dass die alten Löcher der Streifenhörnchen noch aufgefüllt werden müssen. Sie sind zu gefährlich. Nimm diesen Spaten und fülle sie auf. Wenn du zurückkommst, werde ich eine tolle Belohnung für dich haben. Ah ja, alles klar. Und wir kriegen dann, wenn wir wiederkommen, kriegen wir eine schicke Hose oder auch nicht. So, ich sehe das jetzt gerade mal gar nicht. Moment. Was ist das? Oh. Ja, lila, ne? Der letzte Versuch. Wunderbar, schön. Ach, sie ist ja hier sowieso immer in lila und so weiter. Ist hier auch gekleidet. Also, egal. Lila eine Hose, nehmen wir auch noch mit. Keine Ahnung. So, jetzt, dann wollen wir mal gucken, dass wir das hier auffüllen. Kann man das auch von oben wieder? Kann man das hier wieder? Nein, wir müssen absteigen. Oh, schade. Ja, gut, dann gehen wir mal hier aus der Schlusslinie. Oh je, hier ist die Rennstrecke, ne? Der arme Spotti, der wird jetzt hier gleich erstmal umgenietet. Deswegen stelle ich den da oben jetzt erstmal mal hin. So, da kann er jetzt dumm rumstehen. Ja, und sie scheint dieselbe Aufgabe zu haben hier. Hier vorne, das sieht ganz so aus. Wir machen hier wahrscheinlich das Gleiche. Na, egal. Wir gucken jetzt einfach mal mit dem schönen Friesen. Ach ja, mein Friesen. Ich freue mich auch schon drauf, wenn ich mich da draufsetzen kann. Aber irgendwie vermehren sich bei mir ständig die Pferde. Ich habe ja jetzt auch schon das neue Pferd gesehen. Das ist nämlich abgebildet, wenn man einloggt, Leute. Und ja, ich glaube, das nehme ich auch noch mit. Ich bin ja hier sowieso mitten bei der Sammlung. Von daher ist das auch egal. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich es nennen könnte. Hoffentlich ist der Name noch frei. Mal schauen. Werden wir gleich sehen. Und ja, sie summieren sich. Und ich mache das auch immer so, so wie ich die kaufe. So reite ich die auch. Also in der Reihenfolge. Das heißt, das dauert, ihr seht, die neuen Pferde noch nicht so schnell. Weil da sind nicht noch etliche andere davor. Ja, so ist das. Hätte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen, als ich hier angefangen hatte, dass ich da auf einmal in so einem Pferde-Kauftick endere. Obwohl, naja, wie gesagt, vielleicht doch. Vielleicht doch. Man kennt das schon. Also wer mich kennt, wer mich jetzt wirklich privat kennt, der weiß, dass sowas meistens so endet. So, jetzt reden wir mal mit Steve. Repariere das Feld. Das haben wir gemacht. Danke. Wir sind vorerst fertig. Wir müssen abwarten, ob weitere mysteriöse, süße Tiere auf meiner Farm auftauchen. Falls ja, weiß ich, wen ich anrufen muss. Vergiss nicht, dir einen schönen Tag in Silverglay zu machen, Celine. Ja, wunderbar. Das werde ich auch tun. Juhu. Und die Streifenhörnchen sind da. Ich habe meine Hose. Ja, guck. Jetzt haben wir schon mal ein T-Shirt und eine Hose. Das wird ja mal mehr. Wir haben hier voll die Kleidersammlung, Leute. Und jetzt müssen wir, wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach Valedale. Ich mache es mal kurz. Wir porten. Und dann müssen wir nach Furgroove, wo wir hinreiten werden. Tja. Aber auch das werde ich abkürzen. Also, sehen wir uns jetzt gleich erstmal in Valedale wieder. So, hier sind wir. Man landet dann immer vorm Stall, wenn man portet. Das ist immer witzig, ne? So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Hier irgendwo ist es eingezeichnet vor dem Shop. Da hinten, da sehe ich es auch schon leuchten. So, das sind hier unsere Klamotten. Die müssen wir mal mitnehmen. Ja, Nummer 1. So, und jetzt geht es noch ab nach Furgroove, ihr Lieben. Sollen wir wirklich reiten? Ja, komm, wir reiten. Ich reite immer so gerne mit ihr. Ich blende das an, wenn ich da ankomme. Ich glaube, die Strecke am See sind wir schon langgeritten. Die kennt ihr, genau. Die kennt ihr. Ist ja nichts Neues für euch. Ja, dann sehen wir uns dann gleich in Furgroove. Und bis gleich. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall in Furgroove um die Ecke gerauscht. Jetzt hätte ich hier fast schon wieder den Einsatz vergessen. Das ist, wenn man hier so rumreitet. Und ich habe mich schon wieder gewundert, weil ich glaube, die Aufgabe von gerade bei Turi ist schon wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Leute, ich weiß es nicht. Ich bin aber geneigt gleich mal. Und hier sind die Kisten. Kurz mal einmal in Fort Pinter vorher nachzugucken. Wenn da was ist, dann seht ihr es. Und wenn nicht, dann sehen wir uns jetzt gleich hier irgendwie definitiv bei unserem Steve, der ja auf die Lieferung wartet. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal den Hänger ab. Ja, Leute. Und ich bin auch schon wieder auf dem Weg zu Steve. Ich habe jetzt wirklich nochmal in Fort Pinter geguckt, weil mich das total irritiert hatte, ihr Lieben. Das war aber auch derselbe Aufgabentext von davor. Und es war ein Bug. Na, also wie gesagt, die gute Turi hatte nicht nochmal ein Ausrufezeichen über den Kopf und war auch nicht anklickbar oder sowas. Das war tatsächlich, da steht immer noch ein Questbuch drin. Das wird wahrscheinlich dann raus sein. Ja, vielleicht beim nächsten Einloggen. Ich weiß es nicht. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier zu Steve und geben die Brocken da ab. Ach nee, zu Steve sag ich schon. Zu Mali, zu dem guten Mali. Mal sehen, damit er hier klarkommt. So, Kleidung für die Kunden. Hm. Super, spitze. Bald können wir wirklich eröffnen. Jawohl. Das freut mich doch sehr. Ich bin willkommen. Fantastisch. Jetzt habe ich genug Ausrüstung für mein Geschäft. Ja, sehr schön. Und jetzt muss er erstmal wieder drüber nachdenken. Das passt mir aber super gut in den Kram, weil, meine Gute, ist das eine chaotische Folge heute, Leute. Es tut mir echt leid. Glücklicherweise ist da hinten und nicht über Stitch laufen hier. Nicht über Stitch. Glücklicherweise. Was hat sie denn? Warum ist sie traurig? Ja, aber das ist wahrscheinlich das, was ich meinte, Rollenspiel. Manchmal spielen die hier Reiterhof, habe ich ja schon mal erzählt. Und das ist, wie gesagt, das Rollenspiel. Dann spielen die Leute ihre eigenen Geschichten nach. Und ich hoffe, das war gespielt. Und ich hoffe, sie ist nicht wirklich traurig. Über was auch immer. So, da vorne steht unser Schlitten. Wir wollten ins Winterdorf, hatte ich euch versprochen. Es kommt jetzt sowieso nicht mehr drauf an. Und wir gucken uns da auf jeden Fall unseren Questgeber an, der offensichtlich ein neues Rennen hat. Das steht nämlich auch da drin. Dann haben wir wenigstens einen Abwasch. Und das Pferd zum Schluss. Und ja, chaotisch, Leute. Oh, ja, den Text kennen wir auch schon. Wir fliegen Richtung Norden zum Weihnachtsmann. Jawohl, auf geht's. Und ab die Post. Der Schlitten fliegt durch den Himmel. Auch das kennt ihr schon. Ach, ich liebe das Weihnachtsdorf hier. Ich finde das so hübsch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so gern da. Ja, und ich kaufe auch immer fleißig alles ein. Deswegen muss ich auch gleich unbedingt. Ich muss gleich nochmal hier ganz dringend ausloggen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier hin müssen. Leute, ich habe keine Ahnung. Jetzt stehen wir hier oben. Ist der hier oben irgendwo? Ich rufe mal eben die Karte auf. Uiuiuiuiui. Oh, Mann. Ja. Da vielleicht. Ich gehe jetzt einfach mal da runter. Und ich, äh, weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Nein, äh, ich muss gleich ausloggen, wenn ich hier fertig bin. Ich habe mich jetzt echt abgehetzt, um diese Folge hier noch aufzunehmen. Weil ich würde die auch gerne gleich noch, ja, zusammenschneiden. Und dann euch, äh, gerne. Ja, guckt mal hier unten. Ist gar nicht weit weg. Da sitzt er doch. Da müssen wir hin. Dass ihr das auch noch heute bekommt. Und, ja, dann bin ich erstmal beschäftigt und werde später wiederkommen und dann in Ruhe hier mit Sporty, die restlichen Sachen machen. Und ich mache ja jeden Tag ja meine Aufgaben plus Leveln und so. Weil irgendwo ja muss ja die Kohle kommen. Und ich mache das nicht alles nur Oberstarcoins. Sonst wird das auch echt zu heftig. Ohne, ich schaue zu viele im Moment aus für das Spiel. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und, ne, man muss sich ja auch mal was gönnen. So, jetzt gucken wir mal. Hallo, alle sind pausenlos damit beschäftigt, Dinge vorzubereiten, Kekse zu backen und Dekorationen aufzuhängen. Dass sie völlig vergessen, was an den Feiertagen wirklich zählt. Ja, was denn? Ja, ganz genau. Hohe Geschwindigkeiten. Aha. Ich habe einen Reitweg durch das Dorf angelegt, damit dich jeder vorbeirauschen sehen kann. Und keine Sorge, wenn dir irgendjemand im Weg steht, äh, das ist die Person dann selbst schuld. Ja, so, und da hat sich jemand direkt verwandelt, da hinten. Worauf wartest du? Schwing dich in den Sattel. Ja, dann machen wir das doch mal, galoppiere, durch das Winterdorf. Ich bin gespannt. Das ist ja cool. Also, wir haben ja schon zwei. Wir haben eins auf dem See und eins von hier oben. Mal gucken, was das jetzt ist. Juhu. Ab die Post und erstmal hier runter. Oh je, da bin ich aber jetzt hier in Begleitung oder wie? Ach du, lieber Himmel. Okay, mitten durchs Dorf. Äh, ja. Ja, wie jetzt? Ach, meine Güte. Jo, oh je. Ich habe schon wieder den Durchblick hier gar nicht. Nein. So. Oha. Ach du, meine Güte. Ach du, mein... Oh. Also, nee. Also, das nenne ich mal rücksichtslos, Leute. So kann man doch nicht reiten. Habe ich den jetzt umgenähtet? Nein. Äh. Voll in das Rentier. Ja, schön, Leute. Oh nein. Wie ein Berserker rauscht. Unsere Celine hier irgendwie quer durchs Dorf. Und jetzt? Ich nehme mal an, man muss hier auf diesen glitzernden Dingen bleiben. Sonst, äh... Oder? Was weiß ich. Hier sind ja auch die Kurven, die sind ja ein bisschen angezeichnet. Und... Nein. Ach du Schande. Ich dachte schon... Ja, das habe ich gewusst, ne? Ha. War ja klar. Irgendwas musste doch jetzt noch schief gehen. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier gut in der Zeit bleiben. Ja, und jetzt? Wo denn jetzt? Ach, da unten. Ach nein. Du meine Güte. Und... Uiuiuiui. Ey, was ist das denn für eine Strecke? Der gute Mann hier. Was macht der denn hier? Was tut er uns denn an? Und was ist das hier? Oh. Oh je. Oh je, oh je. Hier sind ja nur Hindernisse unterwegs, ne? Oh je, oh je. Okay, also jetzt bin ich doch ganz froh, dass Potty noch nicht so schnell ist. Also das hätte ich auch gerne mit Level 1 gemacht, aber mit Level 7 ging es auch noch. Und das wird sich jetzt direkt ändern, ihr Lieben. Wir werden jetzt aufsteigen. Jawoll. Wir werden ganz höher werden hier. Von Level aufsteigen. Erstmal abgeben. Hoho! Den hast du wirklich einen Feiertagszauber geboten. Ja, ich habe es ja alle umgenietet. Ich würde mal sagen, ich habe mir hier tausend Feinde gemacht jetzt. Aber naja, wenn er das gut findet, dann ist ja alles gut. Machst du dir Sorgen, dass du die Vorbereitung gestört hast? Ach was. In diesem Dorf muss definitiv weniger gebacken und mehr galoppiert werden. Ja, er ist ja gut, ne? Komm jederzeit wieder für einen weiteren Ritt durch das Dorf. Ja, cool. Ja, verstehe ich das jetzt richtig hier? Und mein Pferd ist natürlich aufgestiegen, so wie vorher gesagt. Das war ja logisch. Und oh, ich habe richtig viel gekriegt, ne? Ganz schön Schwung hier, Mensch. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist süß, wenn die hier um den Baum laufen und man dann in der Mitte da tanzen kann. Das ist süß, aber das habt ihr ja schon gesehen. Ja, ich muss sagen, wenn das Rennen drin bleibt, das ist echt witzig. Hoffentlich kommen da noch mehr Rennen. Das ist ja wirklich cool. Dann hat man die Pferde noch schneller gelevelt. So, wir hüpfen mal hier drüber. Denn da hinten habe ich schon das gesehen, was ich gerne sehen wollte. Schaut euch das mal an. Das ist das neue Pferd. Ja, das ist das neue Pferd. Sehr schön. Und ja, hier stehen auch ganz schön viele Leute. Ja, Rasse Jorwigsches Urpferd. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht. Jetzt könnt ihr gar nichts mehr sehen, ne? Genau, so. An den eher schwer zugänglichen Orten Jorwigs findet man Herden freilebender Wildpferde, welche Teil der Jorwigschen Urrasse sind. Ich überlege gerade, ob ich euch das schon mal vorgelesen habe, als ich Firebird gekauft hatte beim Halloweenfest. Ob das das gleiche ist? Ich lese es einfach nochmal. Das Jorwigsche Urpferd ist eine sehr spezielle Rasse, da Fell und Mähne sehr lebhafte Farben und Muster haben. Grün, Rot, Blau, Lila oder Orange sind keine Seltenheit. Und sogar die Augenfarbe des Pferdes kann lila, rot oder hellblau sein. Ja, was ist bei ihm hier? Bei ihm ist es hellblau? Oh, der ist aber hübsch und der hat so eine tolle Punkfrisur, ne? Ha, cool. So, man sagt, dass diese Rasse durch eine Symbiose der pandorischen Energieflüsse entstand und deshalb diese einzigartigen Farben aufweist. Viele glauben zudem, dass sie magische Fähigkeiten besitzen. Jorwigsche Urpferde sind in der Regel etwas kleiner und molliger als andere Pferde. Ja, das würde ich mal nicht so sagen, ne? Ähnlich den Fjordpferden der Insel. Können aber auch in anderen Variationen mit großen Unterschieden ihrer Widerrisshöhe gefunden werden. Das wollte ich gerade sagen. Ein Firebird ist ja riesengroß. Der ist ja groß, den wir da noch haben vom Halloweenfest. Könnt ihr nachgucken, wenn ihr ihn nicht kennt, Untermann Specials habe ich das. Da sind die Halloweenaufnahmen und da sieht man den. Ja, ich weiß, er schüttelt den Kopf, wäre schon knatschig. Die verschiedenen Farben und Muster dieser Rasse zeigen sich nicht in der Zivilisation, dafür aber umso klarer in der Natur. Aber Jorwigsche Urpferde sind nicht so schnell wie andere Pferde. Ja, das ist ja schön. Ach, ist der süß. Ja, und ich werde ihn auf jeden Fall mitnehmen, ihr Lieben. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich ihn taufen soll. Das werde ich mir jetzt an dieser Stelle noch überlegen, denn ich weiß nicht, ob der Name noch frei ist, den ich gerne hätte. Ihr werdet ihn irgendwann in eines meiner Videos auf jeden Fall erleben. Das wird allerdings noch dauern. Und ja, ich verabschiede mich jetzt mal an der Stelle von dieser chaotischen Folge. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, jetzt werde ich ja auch noch ungeniedert zum guten Abschluss. Ich würde sagen, bis dennne. Und viel Spaß nachher beim Gucken. Ich gebe mir Mühe, dass ihr das gleich noch kriegt. Ciao.